Musik Ich heiße Marike und ich spiele gerne Flöte. Ich bin ein Smiley und ich liebe Urlaub und Schwimmen. Ich freue mich so auf die Sommerferien und schwimmen im Meer zu gehen. Das wird so toll. Ich bin Arco und ich fahre dieses Jahr nach Frankreich und dann werde ich mit meinem Freund Jonas. Und Hannes? Ah nee, der ist ja gar nicht dabei. Ich meinte, ja dann nur Jonas. Schön segeln. Ich weiß, ich bin eigentlich ein Hund, aber ich sehe ziemlich komisch aus und kann eigentlich gar nicht segeln. Aber egal, das wird schon klappen. Ja, sonst Leckerlis sind lecker. Auf jeden Fall. Ich bin Yasin und wir gehen heute in die Kinobar mit meiner Oma. Ich bin Milla. Ich bin sieben Jahre alt und ich schwimme und ich male gerne. Aber ich bin auch gerne draußen und ich kann auch gut Seilchen springen. Hallo, ich bin das Regenbogenmonster und ich mag Regenbögen. Ich mag es gerne mit Regenbogenfarben zu malen und ich lebe auf dem Regenbogen. Mein Freund, der Kobold, lebt unten mit ganz viel Gold. Ich laufe täglich zu ihm runter und quatsche mit ihm. Ja, und ich bin sehr Regenbogenfarben und das macht mich so besonders, denn ich bin das Regenbogenmonster. Ja, ich bin Paulina und ich mache gerne Sport und ich male gerne. Ich bin Hannes und ich bin immer ein cooler und frecher in der Klasse. Ich schreibe immer ein, ja, und, aber manchmal machen die anderen mir immer Stress. Aber trotzdem bin ich immer der Coole. Und meine Ohrringe sind auch ganz geil. Aber wenn ich ein Junge bin, ist mir ja egal. Ja, 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 das sagen sie alle. Ich bin Juli. Ich male gerne. Ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich mache gerne Musik. Ich gucke gerne Videos. Ich schwimme gerne. Ich male gerne am PC. Und ich spiele draußen gerne. Die Digitalisierung ist wie ein Tor zu einer grenzenlosen Welt mit den Möglichkeiten, miteinander zu sein. Man kann rund um die Uhr mit Freunden aus der ganzen Welt kommunizieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020